um 7 0 9 was wurde ein bester Mann bisher zehn drei mit einem Schamanen nun da können wir vielleicht sogar noch ankommen wird er gute Frage ich glaube mir was irgendwann mal neun 3 womit ich weiß es nicht mehr wenn wir das gelingen nur dran oder das ist noch die acht die wir damals run gemacht haben den wir nicht mehr haben beziehungsweise der abgebrochen ist ja genau die ersten zwei videos haben wir hochgeladen den fahrs hier behalten ja kann man machen okay nur mehr mehr nachgaben aber einigen oder irgendwelche drei wir haben noch den Akkulten der der vierte der Kölnöte muss jetzt auf die Hand aber er wird das schon mal besser Ich hoffe, du wirst meine Inversion. Du sprichst mit mir. Guck mal. Und ins Gesicht aus. Was bleibt uns für den nächsten Zug? Ähm, man könnte... Polymorphen, falls er etwas spielt, was stört, aber bei 3 Mana wird's schwer. Ähm, man könnte taunten, um vielleicht irgendwas zu... ...taunten? Ja, oder Karten ziehen. Oder Karten ziehen. Das heilen würde ich noch behalten. Das bringt uns noch nichts. Oh, nee. Der Kodos ist auch ganz nice gegen den Akkuliten. Okay, in diesem Falle würde ich gerne pinnen. Ping den in der Mitte und beide mit dem... Oder man könnte den Torn spielen. Ah, nee, nee, jetzt werde ich für ping, weil wir Zweier haben. Ping in der Mitte, beide wegmachen und den Zweier. Beide wegmachen? Hm, man könnte... Ja, würde ich machen. Ja? Ja. Okay. Meinst du den, äh, Rekruten da lassen? Ja. Blessing of Kings, turn far, ne? Entruste aber Champion. Okay, das kann man jetzt ja auch alles erwarten. Deswegen hast recht. Hehehe, es ist Zeit für einen kleinen Blut. Hm. Consequation ist ja sowieso drin. Deswegen wird das wohl schon klappen. Der Hammer? Der Hammer, ja... Sornutter? Äh, True Silver Champion, aber das wäre jetzt nicht so schön. Also, für ihn. Ja, der könnte den Armani wegmachen, aber der würde dann wieder auch acht Schaden kassieren. Wahrscheinlich kriegt er auch keine Consequation hin, weil, ähm... Kodo! Kodo ist mega gut hier. Ach du Scheiße! Skale Kodo! Ja! Weg! Weg! Hehehe, das nenne ich mal einen guten Anfang. Ja. Recht souverän. Alles klar. Hehehe, was? Hehehe, was? Hehehe, was? Hehehe, was? Hehehe, was? Hehehe, okay. Du fängst die Aufnahme, dann sind's Minuten... Minutenrekord. Okay. Hehehe, Hehehe, Hehehe,